Die Unwetter, die am vergangenen Wochenende über den Bezirk Oberwart niedergingen und großen Schaden anrichteten, hatten im beschaulichen 200-Einwohner-Ort Burg besonders dramatische Auswirkungen. Sonntag gegen 3.30 Uhr schüttete es in Strömen. Bäche schwollen an. Die heftigen Regenschauer setzten innerhalb kürzester Zeit den Campingplatz komplett unter Wasser. Der Pegel reichte bei den abgestellten Autos bald bis zum Dach. Knapp zwei Dutzend Gäste und Besucher wurden von der Flut in ihren Zelten und Wohnwegen überrascht. Sie saßen fest. Die alarmierten Freiwilligen der Feuerwehr aus Rechnitz kamen den in Not geratenen Kindern, Frauen und Männern rasch zur Hilfe. Mit Boten konnten alle Betroffenen der Reihe nach geborgen, in Sicherheit gebracht und versorgt werden. Bis 6 Uhr in der Früh war das Schlimmste überstanden, hieße es nach dem Einsatz.